Okay, gut, dann werden wir hier nochmal, wir haben ja schon welche parat gestellt bekommen. Ich würde sagen, ich teste den Raspberry Cheesecake. Oh, das heißt testen, ich weiß ja, wie er schmeckt, aber final das erste Mal aus der Dose. Rot zu Rot. Das ist ein schöner Moment. Hast du den Ton drauf, Leon? Das ist mein erster, oh, das ist mein erster eigener Energy, Gönnergy. Und wir ziehen uns jetzt Raspberry Cheesecake rein. Zum Wohl, Stößchen, auf eine gute Zeit mit Gönnergy. Bis zum Wohl, Stößchen.